Guten Morgen, Sie fahren den IC 2216 Basel-Bad München bis Freiburg. Rüssen Sie Ihr Fahrzeug auf, rücken vor nach Gleis 10 und lassen die Fahrgäste einsteigen. Abfahrt ist um 6 Uhr und somit herzlich willkommen auf der Strecke Freiburg-Basel Reloaded. Zu der Fahrt mit dem Intercity 2261 und wir werden heute mit DB Fun Verkehr und der Baureihe 101 diesen Zug im Abschnitt von Basel-Badischer Bahnhof bis nach Freiburg fahren. Wir werden gleich Platz nehmen in der Baureihe 101 und eine kurze Bereitstellungsfahrt zum Bahnsteig 10 machen des Bahnhofes von Basel, da dort die Fahrt beginnt und somit wir uns ja hier noch nicht am Bahnsteig befinden. Also werden wir eine kurze Bereitstellungsfahrt durchführen. Da würde ich vorschlagen, wir steigen auch gleich ein in unsere Baureihe 101. Wir sind ja auch wieder nach Original-Fahrplan unterwegs. Als allererstes schalten wir die Batterie ein. Im nächsten Schritt wählen wir den Stromabnehmer vor. Wir möchten den Stromabnehmer 2 gehoben haben. Wir können diesen auch gleich heben. Der Herr Kollege fährt hier auch schon Richtung Basel-Badischer Bahnhof. Ebenfalls als kurze Bereitstellungsfahrt. So, wir können unsere Displays hinzuschalten. Das hört sich mir nach einer Baureihe 146 an. Genau. So, dann schalten wir den, oder wir legen den Hauptschalter ein. Zug-Sicherungssysteme werden auch noch eingeschalten. PZB90. ZIFA und LZB. So, der Richtungsränder wird in die Vorwärtsposition verlegt. Unser ZG1 wird angeknüpst. Ja, Fernlicht brauchen wir eigentlich nicht, ne? Ja, so passt's. Dann schalten wir die Führerraumbeleuchtung hinzu, beziehungsweise die kleine Tischbeleuchtung, Instrumentenbeleuchtung. Wir können die Bremse schon mal 4,7 Bar einstellen. Wir lösen noch den Federspeicher. Wir hören jetzt auch schön, wie die Stromrichter arbeiten. Perfekt, so soll es sein. Wir knipsen uns noch die AFB an. Diese können wir gleich auf 25 Stundenkilometer einstellen. Wir lösen die Zugbremse gleich komplett. Wir ziehen jetzt noch einmal kurz die E- und die Zugbremse einmal komplett an. Dann schauen, dass auch die Bremsen alle funktionieren. Das sieht aber gut aus. Jawohl. Und dann geht es an den Bahnsteig. Zugsammelschiene ist auch an. Der Leuchtmelder ZS ist erloschen. Also die Wagen werden schon mit Strom versorgt. Ja, wir haben heute die ganz normalen Intercity-Schnellzugwagen im Zugverband. Und den Zugschuss bildet der dazugehörige Steuerwagen. Wir dürfen einen wunderschönen Sonnenaufgang hier in Basel genießen. Der Tag bricht so langsam herein. Und da unser Zug doch relativ lang ist, müssen wir noch ein gutes Stück vorfahren. Also schon fast bis vor das HP0 zeigende Signal. Da wir kurz vor 6 Uhr morgens haben, kommen jetzt natürlich auch die ersten Pendler. Und der Kollege hat hier schon Ausfahrt. Zugbeeinflussung. So, ja. Der Steuerwagen befindet sich auch im Bahnsteigsbereich. Perfekt. Und dann geben wir gleich die Türen frei. So, links fahren schon die SBB-Doppelstockwagen ein. Und hier sehen wir auch eine Baureyhe 145 in Kaltabstellung. Die hier auch auf ihren nächsten Fahrauftrag wartet. So, wir lösen die Zugbremse und können die E-Bremse angezogen lassen. Und wir öffnen mal unser Fensterchen. Wir können noch ein bisschen, na, ähm, Frischluft einlassen. Und auch schön dieser Soundunterschied. Herrlich. Auch hier, was sehr schön ist, die Zugziehtanzeigen am Bahnsteig. Ja, aber allzu viel ist hier noch nicht los. In der Früh auch hier die ganzen Aushänge. Wahnsinn, ne? Wie viel Abfahrt und Ankünfte hier an einem Tag vollzogen werden. Das ist Wahnsinn, ne? So, hier auch nochmal Doppelstockwagen von der Schwarzwaldbahn. Oder die hier eben in der Schwarzwaldbahn eingesetzt werden. Sind natürlich von der Regio DB hier. Und wir sehen hier vorne auch noch einen ICIT abgestellt, der auch auf seinen nächsten Einsatz wartet. Stadler Flirt 3, das EVUs Seehaas. So, dann steigen wir mal wieder ein und schließen unser Fenster. Ganz wichtig ist hier auch immer das Fenster wieder zu verriegeln. So, ein bisschen E-Bremse nach. So passt das Ganze. So, eine SWB Cargo. Mit ihrem Containerzug fährt hier auch schon ein. Und hier haben Abfahrt in knapp, ja, zwei Minuten. So, ein bisschen E-Bremse nach. Die Ausfahrt ist da mit 60 kmh gestattet. Das sehen wir hier oben an der Geschwindigkeitstafel. Hier oben mit der Kernziffer 6. Nach oben zeigend heißt immer die zu fahrende Geschwindigkeit. Und bei den Vorankündigern ist es meistens immer diese orange Tafel. Mit der Pfeilrichtung nach unten zeigend. Oder mit der Spitze für Geschwindigkeitsreduzierung. So, Schließvorgang eingeleitet. Wir müssen jetzt doch nochmal schnell unser Fenster öffnen, denn es kann immer mal sein, dass die eine oder andere Tür nicht geschlossen wird. Da müssen wir dem Ganzen etwas Nachdruck verleihen. So, schauen wir mal. Ja, aber so ist es nämlich. Das heißt, wir sagen noch einmal Türen schließen. So, jetzt sind erst alle Türen geschlossen. Und dann schließen wir unser Fensterchen. Verriegeln dieses schön brav. Und dann kann unsere Fahrt endlich beginnen. So, E-Bremse ist gelöst. Zugbremse auch. Und dann schalten wir die Leistung auf. So, wir können uns auch gleich befreien, denn wir dürfen die Geschwindigkeit auf 60 Stundenkilometer erhöhen. Pünktlich, 6 Uhr morgens, verlassen wir Basel SBB. Und vorbei geht es an Captur-Lokomotiven, Mr. Bau 300. 52 sein. Und wir kommen zur Staatsgrenze, denn wir befinden uns natürlich immer noch hier in der Schweiz. In die LCB werden wir auch schon aufgenommen. Der Kollege wartet hier auf seine Rangierfahrt. Baureihe 294. Und wir haben schon wieder irgendwo einen Zug vor uns. Wobei, jetzt schaltet die LCB den nächsten Abschnitt wieder frei. Und hat 10er als Höchstgeschwindigkeit noch im Moment. In Weile am Rhein dürfen wir, glaube ich, halten. Willkommen im IC-2261 der Deutschen Bahn unterwegs nach München über Freiburg-Baden-Baden. Ausdruck. Der Leiterall ist in Wiening, Weile am Rhein. Willkommen, Lord, in der City. Jawohl. Da hat der Zugchef gleich mal hier seine Ansage gemacht. W für Weile am Rhein. Und hier links Umschlagbahnhof, sehr viele Container warten hier auf die Weiterfahrt. Ja, viel Arbeit für uns Lokomotivführer. Und schon erreichen wir Weiler am Rhein. Durchfahrt ist auch gestellt hier am Anzeiger. Türsreigabe, Türsreigabe, Türsreigabe. Und das Hauptspaßsignal hier in Hochbauform gilt als Hauptsignal. Sieht man auch schön an dem weiß-rot-weißen Mastschild. Türen sind geöffnet. Das Ganze ist also das Ausfahrsignal von Weiler am Rhein. Oh, schön auch die Ansagen hier sind schön zu hören. So, wir eröffnen wieder unser Fensterchen. Oh, eine Baurei 294. Die nächste LZ-Fahrt erstmal wahrscheinlich zu den Güterwagen. Und wir haben hier eine Baurei 146 in dem neuen IC-Design. Mit herzlich willkommen in der Zugzielanzeige. So, und dann haben wir auch gleich Abfahrt. Die CE kommt uns da entgegen. Da ziehen wir doch mal schnell unser Köpfchen ein. IC-1. So, wir schauen mal nochmal, ob alle Türen zu sind. Nein. Müssen wir dem Ganzen wieder Nachdruck verhelfen. So, jetzt schließen alle Türen. Wir können die Bremse komplett lösen und die Leistung aufschalten. Wir können die Bremse komplett lösen. Wir können die Bremse alles wieder nach duchern. Wir können die Bremse komplett lösen. Die Bremse komplett lösen. Wir können die Bremse komplett lösen lassen. Wir können die Bremse komplett lösen. Unser nächstes Vorsignal zeigt uns wieder VR0. Da wir aber schon im LCB-Betrieb sind, müssen wir hier eigentlich nichts mehr bestätigen. Mein Name ist Manfred Bauer, mein Team und ich sind gerne behilflich und stehen für Fragen zur Verfügung. Unser nächster Halt ist Müllheim. Good morning and welcome aboard Intercity 2261 on his way to Munich via Freiburg-Gadenbahn. Sie sind. We wish a pleasure, our next stop will be Müllheim. Verehrte Fahrgäste, falls Sie noch nicht gefrühstückt haben, unser Board-Bistro zwischen der ersten und zweiten Wagenklasse ist jetzt gelöffnet. If you skip breakfast, our Bistro between first and second class, go to full business. Sehr schöne Ansage. So, da läuft die Fahrstraße wieder ein für unseren Zug. Na, das sehen wir hier nicht allzu viel. Und Geschwindigkeitsreduzierung auf 100 kmh. Das heißt, wir stellen auch gleich die AFB dementsprechend ein. Also, wir stellen auch, dass du den Kopf nach Hause hast. Wir stellen auch noch viel so viele Punkte und wir stellen. Wir stellen auch für den Kopf. Wir stellen auch viel Überwärter und messen. Ich planche mich zu den Kopf dazu. Und wir stellen auch, dass du dich nicht mehr so viel zu zeigen. Und wir stellen auch noch, wenn du den Kopf schmerzen, dass du ein Dr. Und die sind die Aufmerksamkeit und die Sie uns noch nicht zu jedem ist, Und wir stellen auch ein, wir stellen die drei, zu sein, wenn du das in die Nähe, Ich bin ja mal gespannt, ob es heute für uns ein bisschen über die, oder ein Teil zumindest, über die Schnellfahrstrecke gehen wird. Und hier links wird kräftig gebaut. Ja, die Baurei 101 ist ja auch schon 20 Jahre alt, beziehungsweise 20 Jahre im Dienst, S, im Richtungsanzeiger. So, da, Kollege, S für Schnellfahrstrecke. Jawohl, und es geht über die Schnellfahrstrecke. Und soll ja jetzt auch schon bald wieder ausgemustert werden. Es ist wirklich Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. So, 200 ist unsere Höchstgeschwindigkeit. Wir haben hier in der Baurei 101 die ganz normalen Zugsicherungssysteme verbaut, wie SIFA, PZB, LZB. Und natürlich auch die dementsprechenden Leuchtmelder. Da die Baurei ja auch schon doch ziemlich alt ist, ähm, natürlich sind die Rundinstrumente nicht in digitaler Form. Das war damals, ähm, noch nicht, äh, so gang und gäbe. Eher die Neubaulokomotiven haben die Rundinstrumente dann für Geschwindigkeit, Anfahrtskraft, Bremskraft in digitaler Form. Und hier über die Schnellfahrstrecke dürfen auch Güterzüge fahren. Wenn man den Fahrdienstleiter oder die Fahrdienstleiterin ganz nett fragt, du, da dürfte ich mit meinem Güterzug vielleicht über die FSS fahren. Und betriebstechnisch geht das Ganze, dann kann das auch mal ohne Probleme der Fall sein, dass man hier auch mal mit einem Güterzug langfahren darf. So, wir sind im Tunnel. Schauen wir mal. Ja, schalten wir unser Fernlicht ein. Dann sehen wir hier auch deutlich mehr. Und hier auch schön die Reflektoren, die unterhalb der Tunnelbeleuchtung angebracht sind. Die Kennzeichnung der Notausstiege. So 200 Kilometer reichen hier völlig aus. So 200 Kilometer reichen hier völlig aus. Wir sind, wie schon erwähnt, hier original Fahrplan unterwegs. Und sollten diesen auch, ja, möglichst einhalten, denn ansonsten beeinträchtigen wir ja den nachkommenden Zugverkehr. Aber wir sind ja in Basel ganz pünktlich abgefahren. Von daher dürfte das Ganze kein Problem darstellen. So, PCB ist außer Betrieb. Wir sind im LCB-Betrieb unterwegs. Die letzten 4.000 Meter laufen gerade ab. Leuchtmeld AG ist auch schon aktiv. Nehmen wir die Leistung raus, denn wir werden runtergebremst von der LZB. Und das Fernlicht schalten wir auch wieder aus. Ja, und durch die Schneifahrstrecke haben wir jetzt einiges an Zeit gewonnen. Danke, Kollege. Barrier 151. 70? 240. 90? ... 60? 90? ... ... ... ... ... Wenn wir über die normale Strecke gefahren werden, also über die Güter- und Regio-Strecke, werden wir, glaube ich, locker 20 Minuten länger unterwegs. So, Höchstgeschwindigkeit 100. Leistung können wir wieder hinzuschalten. Der Bremsvorgang ist abgeschlossen. Ja, und hier kommen die restlichen Güter-Züge noch aus der Nacht. Beziehungsweise hier noch, oh, ein ÖBB-Nightjet. Auch mit der Baurei 101. Und die Höchstgeschwindigkeit darf wieder erhöht werden auf 160 kmh. Und die Höchstgeschwindigkeit ist aber auf 1,5. Die Höchstgeschwindigkeit 40 kmh 하는데 weiter auf 10 bis 7imiger unsere Hightower-Zügeはい видно. Höchstgeschwindigkeitceu 100 kmh. So, in dem wir auch noch über die SPD-Züge noch aus dem� economical 1. Die Höchstgeschwindigkeit wurde Wha durch. Ja, und wir befinden uns mal wieder in einem lästigen Funkloch, was auf das lückenhafte Gäse immer zu vom Netz zurückzuführen ist. Wir erreichen euch Augen. Danke. 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 « sehr schön ja wir haben ein bisschen standzeit ich meine immer zu hören da kommt schon wieder der nächste zug in fahrt richtung basel ja die fahrstraße ist gestellt hp 1 vr 1 so schließvorgang perfekt dann blicken wir einmal hinaus so nochmals sagen türen bitte schließen türen sind alle geschlossen und dann schalten wir die leistung auf schließen unser fenster hier und verriegeln dieses auch wieder ja die baure 101 ist wirklich eine schöne lokomotive auch eine recht leistungsstarke lokomotive und hat ja vor allem die baure 120 auch abgelöst bzw auch die baure 103 das war so ein bisschen zwischendrin das ganze die baure 120 ja 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 Die Baureihe 120 hat dann auch noch die Baureihe 101 so ein bisschen mit unterstützt. Ja, aber die Baureihe 120 wurde ja letztes Jahr auch dann komplett außer Dienst gestellt. Wir durften gerade einen Güterzug überholen und hier kommt uns schon der nächste Zug entgegen. Und Bad Krotzingen wird dann unser nächster fahrplanmäßiger Halt sein. Und Bad Krotzingen wird dann noch die Baureihe 100 hat. Die Höchstgeschwindigkeit wird jetzt dann in knapp 4,5 Kilometern reduziert werden auf 120. Wo gingen? Auch schön hier die Laufschrift bei der Ansage beachten. Ja, und viele fahren anscheinend doch noch mehr Rad zum Bahnhof bzw. dann weiter in die Arbeit. Das war's. 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 Ich bin mir. die uns hier außerhalb des LCB-Betriebes auch durch die LF-Kennziffer gekennzeichnet wird. Der Kollege hält hier. So, nochmal Geschwindigkeitsreduzierung dann auf 110 kmh. Ah, 160 geht es dann wieder hoch. Schauen wir mal, was die RZB uns hier gleich im V-Ziel anbietet. Ja, erstmal 160. Leuchtet mal, der G ist aktiv. Aber hier auch eine sehr, sehr schöne Gegend. Hier herrscht natürlich auch viel Güterzugverkehr. Das ist ja auch eine der Hauptverbindungen in die Schweiz ist. Und wir haben jetzt VR0. Ja, ziemlich viel Zugverkehr heute an diesem Morgen. Ich schätze mal, da fährt ein Kollege vor uns. Sie war. Verehrte Reisende, in wenigen Minuten erreichen wir Bad Kotzig. Wir wünschen den hier aufsteigenden Fahrgästen noch einen schönen Tag. Und danke für Ihre Reise mit der Deutschen Bahn. Auf Wiedersehen. Glück gehabt. Wir müssen doch nicht ganz hier zum Stehen kommen. Wir haben wieder HP1. Ein grünes Lämpchen. Beziehungsweise ein grünes Licht. Und wir erreichen Bad Krotzingen. Und wir erreichen Bad Krotzingen. Und hier wartet anscheinend ein Güterzug auch wieder auf eine Überholung. Jetzt schauen wir mal, ob wir ganz reinpassen. Ja, wunderbar. Jawohl, die geben wir gleich frei. Na. Also mit diesem Entriegelungshebel, da stehe ich ein bisschen auf Kriegsfuß. Der Kollege hat hier Druckgaskesselwagen am Haken. Und hier Baureihe 650. Türen schließen wir bei uns auch schon wieder. Der hier auch schon gleich Ausfahrt hat. So, wir verriegeln die Türen nochmal komplett. Und jetzt lösen die Bremse und schalten die Leistung auf. Und hier auch schon wieder. Und hierab ins다. Und hier ab. Und hier über die Türen. Und hier da das Kasturokisch. Und hier. Und hier auf die Türen. Und hier. Und hier. Und hier. Güterzug überholt Güterzug. Schöne Druckgaskesselwagen. Ja, dieser orangene Streifen ist eigentlich für den Rangierer ein Warnstreifen. Denn das ganze heiße Wagen darf nicht abgedrückt werden. Und da muss dann eben darauf Acht gegeben werden. So, wir dürfen wieder auf Streckengeschwindigkeit erhöhen. Unsere Geschwindigkeit. Die Bahn unterwegs, nur Menschen, über Baden-Baden, Stuttgart in Koksburg. Wünsche eine angenehme Reise. Und an dieser Halt in Freiburg. Guten Morgen. Welcome aboard in der City 2261. Die Bahn unterwegs ist bei der Unik-Baden-Wagen-Schluttgart in Koksburg. Have a pleasant journey. Our next topic will be Freiburg. Noch einmal ein Hinweis auf unser gastronomisches Appellum. Und zwischen der ersten und zweiten Wagenklasse finden, hinten an Bordlist. Grund dessen Team will gerne ein kleines Frühstück, kalte, unermalsige Träger nenniert. Ladies and gentlemen, Team of Moore Dining, between first and second class coaches, will be happy to serve breakfast. Und wir haben noch heute mit Rüttchen. Schöner Holz-Ganzzug. Ja, die Fahrgäste wurden auch wieder informiert. Perfekt. Ja, und auf der Strecke ist heute wirklich richtig, richtig viel Zugverkehr. Hier rollt es im Blockabstand. So, Fahrstraße ist wieder eingeraufen. Und auch schön, wie die Oberleitung schmäler wird. Sie muss ja unter die Brücke gedrückt werden. Dadurch wird auch der Stromabnehmer runtergedrückt. Schön umgesetzt. Schöner Holz-Ganzug. Schöner Holz-Ganzug. Schön, wie die Stromrichter arbeiten. Wir sind hier in unserer Baureihe 101. So, die nächste Haltankündigung hier. Durch diesen weiß-schwarz-weißen Balken. Und ich vermute mal, wir befinden uns hinterm Regionalzug. Der Leuchtmatter-G ist schon wieder aktiv. Also ist der nächste Blockabschnitt billigt. So langsam geht jetzt auch die Sonne auf hier. Bene���, wo die Strom publicly glaubt. Zul게요. Dein Aus mayer. Und先生. Dein Aus mayer. Dein Aus mayer. The Elizabinger. Dein Aus mayer. Und ich vermute mal. Dein Aus mayer. Dein Aus mayer. Oh myer. So simultaneously. Und hier rechts auch noch mal ein paar Weinreben, die hier neben der Strecke gepflanzt worden sind. So, die LZB greift ein. Und wir befinden uns hier in Ibringen. Eine so schöne Strecke. Okay, hier macht es wirklich richtig Spaß, unterwegs zu sein. So, wir schalten jetzt mal nicht so viel Leistung auf, wobei die nächsten 5 Kilometer, 6 Kilometer fast, sind geschalten. Richtungsanzeiger, Buchstabe P. Okay. 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 Es kann auch ein Güterzug gewesen sein, der da vor uns unterwegs war, denn hier links geht es ja weg in den Güterbereich von Freiburg. Freiburg-Sankt-Georgen. Okay. 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 Hier befinden wir uns beim Steckenkilometer 2.11.6 und jetzt wird dann eh gleich in knapp 2 km die Geschwindigkeit reduziert. So, wir müssen mit eingreifen. Wir müssen Schneistanz die Geschwindigkeit reduzieren, wenn die Schnarre ertönt. Und die Einfahrt ist auch gewährt in den Hauptbahnhof von Freiburg. Und hier werden auch wir jetzt den Zug verlassen. Und hier werden auch wir jetzt den Zug verlassen. Und hier ist auch jemand mit Gepäckwagen. Ja, Sabralat. Ja, und ich verabschiede mich von euch. Ich hoffe, euch hat die Fahrt gefallen und würde mich dann riesig freuen, wenn wir uns in eine der nächsten Folgen wiederhören würden. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Matthias Awe. Servus.